Für jede Krankheit oder bei jedem Leiden ist ein spezielles Kraut gewachsen, Wundermittel, Heilmittel, Superfood. Sowas hat man richtig schnell, wenn man gesundheitliche Probleme hat. Nur kann man sich da mal auch die Frage stellen, ob sowas wirklich die Ursache löst, warum man krank geworden ist oder ob das letztlich einfach nur die andere Seite der Medaille der Symptombehandlung gegenüber der konventionellen Schulmedizinbehandlung ist. Faszinierend. Sobald die Menschen krank werden, kann man denen wirklich alles Mögliche andrehen, weil sie ja die Einstellung haben, dass sie in kürzester Zeit so schnell wie möglich gesund werden möchten und bekämpfen dann die Krankheit. Obwohl das der Vorgang ist des Körpers, um sich wieder zu gesunden. Das sieht man auch überall in der Natur. Und da ist genau das Problem, die Leute möchten, wenn sie irgendwelche Symptome haben, möchten sie sofort die Symptome bekämpfen und verschieben dann die Reinigung in eine spiritäre Phase, die dann nochmal intensiver wird. Und da kommt dann das ganze Zeug daher mit den Nahrungsergänzungsmitteln oder den Wildkräutern. Also ich habe auch schon im vorigen Video von mir erzählt, dass Nahrungsergänzungsmittel anorganisch sind. Der Körper, der eigentlich auch nochmal zusätzlich mit ausscheiden möchte. Wildpflanzen oder Wildkräuter, wo denen auch immer so viel Heilversprechen angeboten oder zugesprochen wird, stimmt eigentlich auch nicht. Das ist einfach so, dass halt die Wildkräuter sind ja giftig. Und man lenkt einfach nur den Körper ab, sei es mit Nahrungsergänzungsmitteln oder mit den Wildkräutern. Der Körper wird einfach nur abgelenkt von den Altlasten, die mehr Energie ziehen und mehr Energie erfordern. Das heißt, ich nehme zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel zu mir oder die Wildkräuter und habe für eine kurze Zeit oder bestimmten Zeitraum, fühle ich mich halt einfach besser. Und da ist dann wieder das Problem, dass halt dann die vielen Leute diese Ablenkung von dem Reinigungsprozess dann als Heilung interpretieren und dann auch ihren Lebensstil dann auch dementsprechend nicht ändern. Also beispielsweise bei meinem Vater ist es so, da hat er mal ein Sodbrennen gehabt, hat dann im Internet gelesen, Natron hilft gegen Sodbrennen und hat dann seine Ernährung und seine Lebensweise gleich gelassen, nur dass er zusätzlich Natron integriert hat. Das heißt, das, wovon er krank geworden ist, hat er noch zusätzlich beibehalten, also die Ursache hat er einfach aufgenommen, also die wenige Bewegung, Industrie, Sachen, gekochte Sachen und so weiter und so fort, die ganzen Gifte, hat er einfach beibehalten, hat er seine Lebensweise nicht geändert, nur dass er halt Natron zusätzlich mit hinzugefügt hat. Wenn wir das jetzt also runterbrechen, ist es nichts anderes als eine Symptombehandlung, auch wieder entweder mit anorganischen Stoffen oder mit den natürlichen Stoffen, wie zum Beispiel Wildkräuter. Und das ist einfach dann auch die Kehrseite zur Schulmedizin, die jetzt mit chemischen Sachen und Medikamentekrankheiten unterdrücken möchten und dann auch hier ihre Heilung propagieren. Und genau das Gleiche wird sehr oft in den alternativen Heilkunden auch gemacht, dass man halt dann pflanzliche Produkte nutzt und die dann damit verkauft, dass halt das Heilung verursacht. Und der Markt boomt auch dementsprechend bei meinen Leuten ja, weil wir so getrimmt worden sind, dass wir so schnell wie möglich, wenn wir ein Leid haben, es uns besser gehen soll und wir dann gerne irgendwelche Sachen schlucken, damit wir so schnell wie möglich wieder in Wohlbefinden kommen. Das ist alles unsere Einstellung, unsere Denkweise und dementsprechend sind wir auch damit verantwortlich. Dann noch meine Meinung zu zwei Themen. Das erste ist, viele Menschen kommen immer wieder auf mich zu und sagen, warum isst du denn keine Wildkräuter? Die Natur hat uns doch so eine Fülle angeboten, die wir zu uns führen können. Und an dem Punkt, wir sind ein Teil dieses Kreislaufes. Wir können uns auch selbst als Tiere sehen, wir als Menschen. Und jedes Tier hat halt bestimmte Essverhalten bzw. spezielle Sachen, auf die sie halt ausgerichtet sind. Beispielsweise halt Affen, überwiegend Früchte, auch ein bisschen Blattgrün. Dann gibt es halt die Pflanzenfresser, Allesfresser, wir zum Beispiel die Früchtefresser und dann auch die Fleischfresser. Also jedes Tier hat halt seinen speziellen Speiseplan, was die halt gerne zu sich nehmen. Und da ist es dann auch so, warum sollten wir dann uns das rausnehmen, alles essen zu können, nur weil wir es halt können, heißt es ja nicht, dass es gut für uns ist. Beispielsweise die Brennnessel ist ja auch Brutstätte für Schmetterlinge. Nur so nebenbei erwähnt, also das heißt, die Natur, die sorgt für uns alle. Das heißt aber nicht, nur weil die Natur für uns alle sorgt, dass wir einfach alles zu uns nehmen können. Die Sachen haben auch Pflanzen, viele verschiedene Aufgaben, unabhängig davon, ob sie jetzt gegessen werden oder nicht, wie beispielsweise das mit dem Schmetterling. Die andere Sache, es ist ja jetzt, wir gehen ja in Richtung Kaltejahreszeit, November, Dezember, Weihnachten und so weiter. Und jetzt ist dann auch bald die Räucherzeit wieder. Und da wird ja auch immer sehr gerne geredet, dass halt das Räuchern so gut sei, heilsam sei, negative Energie abstülpen und sowas. Also auch wieder sehr stark in die Spiritualität, wo ich das auch sehe, dass ich ja nicht unterteilt zwischen Gut und Böse. Und ich auch 90% der Spiritualität sehr, sehr kritisch sehe. Und was ich auch körperlich festgestellt habe, wenn so ein Raucherstäbchen neben mir angezündet wird oder sowas, ich fühle mich sehr benebelt und unwohl. Also mein Körper mag das überhaupt nicht, ich mag da viel mehr frische Luft. Und die Erfahrung soll auch ein kleiner Denkanstoß für euch sein, dass ich das Räuchern nicht so gesund finde, wie es auch propagiert wird. Und dass da sehr viele Leute sich da auch mit ihrem Glauben, auch mit der Spiritualität sich da irgendwas vorstellen, so ein eigenes Konstrukt da bilden. Und dann glauben, es sei wirklich gesund oder es würde irgendwie helfen. Und wenn man dann beispielsweise wie ich sehr viel Kampfkutz macht, sehr viel Sport macht, schleimfreie Heilkost mit der Rohkost macht, sehr viel Fastet und man einfach auch merkt, wenn du wenig oder schlecht Luft bekommst, dass dein Körper sofort mit der Energie da runter geht und du in einem, sagen wir mal, in so einem benebelten Modus bist. Und das merkst du halt einfach sofort, je feinfelüger du auch bist. Es ist auch nichts verwerfliches Nahrungsergänzungsmittel oder auch Wildkräuter zu nehmen. Das kann euch natürlich auch unterstützen. Wie gesagt, der Körper heilt sich selber und man versucht einfach von den Altlasten, die halt sehr viel Energie ziehen, wo der Körper gerade entgiftet, umzuleiten auf das, was weniger den Körper halt belastet, beispielsweise die Wildkräuter und die Nahrungsergänzungsmittel. Und das kann man sich natürlich auch zu Nutzen machen, auch in der Übergangszeit, dass man halt eine angenehmere Übergangsphase hat, dass man den Alltag noch bewältigen kann, dass man nicht ganz so viel Stress hat und dementsprechend hier langsam seine Reinigung voranschreiten kann. Und dafür sind die Sachen natürlich auch legitim. Und nun möchte ich halt diesen Glaubenssatz bei euch auch aufbrechen mit der ganzen Mangelerscheinung oder mit dem Mangeldenken, sondern dass er auch in Richtung Rohkostfülledenken auch geht, dass der Körper halt sich selbst reinigt, selbst heilt. Und ihr auch nicht in Panik gerät, wenn ihr mal eine Entgiftungshallkrise auch habt und nicht gleich immer auf diese Marketing-Sachen auch drauf reinfällt, dass ihr dann meint, um gesund zu bleiben, müsst ihr diese Sachen nehmen. Nee, ihr müsst diese Sachen nicht nehmen. Ihr könnt da eine Menge Geld sparen. Ihr müsst halt nur wissen, wie. Und dafür könnt ihr auch meine Videos auch beispielsweise anschauen. In diesem Sinne vielen Dank, dass ihr angeschaltet habt. Und wir sind jetzt in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao. Wer mich finanziell auch unterstützen möchte, damit ich weiterhin für euch die Videos machen kann und mich 100% auf das Projekt fokussieren kann, gerne auch bei PayPal, Patreon und Bankverbindungen spenden da lassen. Natürlich alles auf freiwilliger Basis. Ihr könnt auch gerne auf meiner Webseite vorbeischauen. Dort bitte ich für die verschiedene Coachings an, auch zur schleimfreien Heilkost und Permakultur. Kurse, Coachings, auch eine private Telegram-Gruppe, wo wir mit einem kleinen Beitrag auch mit davon von meinem Wissen und Informationen und auch Büchern profitieren können, damit ihr eure Gesundheit aufs nächste Level bringen könnt. Da könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Instagram habe ich auch neuerdings. Könnt ihr auch da gerne vorbeischauen. Sonst, auf meiner Webseite habe ich viele verschiedene Produkte, auch zum Beispiel Sauerkraut und auch eine Saatgutliste. Also schaut gerne auf meiner Webseite vorbei. Und unten in den Links in der Videobeschreibung auch gerne mal reingucken und das alles abchecken. Und jetzt geht es weiter mit dem Video.